Es gibt viel zu viele vermeidbare Stürze bei Radrennen. Themenschwerpunkt heute, Stürze ausgelöst durch Absperrgitter, zum Beispiel wie hier zu sehen bei den Weltmeisterschaften in Schottland. Schauen wir uns doch mal ein paar Stürze an und analysieren, was man da besser machen kann. Es gibt viele Gefahrenquellen im Straßenradsport, aber eine der wirklich unnötigsten sind Kollisionen mit den Absperrgittern, die die Streckenbegrenzung darstellen. Es liegt in der Natur der Rennfahrer, die Strecke voll auszunutzen und jede zehntel Sekunde rauszuholen. Problematisch wird es nur, wenn man kein Formel 1 Auto mit einer Knautschzone ist, sondern ein Radfahrer und die Streckenbegrenzung in scharfes Metallrohr. Dann endet das natürlich auch mal schnell im Krankenhaus. Anuszka Kosta hat bei der WM 2016 versucht, die Kurve etwas zu weit anzufahren, aber gibt es da wirklich keinerlei Maßnahmen, die man da treffen kann? Wie wäre es zum Beispiel, wenn man einen kleinen Streifen Rollrasen vor die Absperrgitter legt und so eine kleine Auslaufzone für die Radfahrer stellt. Auf der dritten Etappe der Tour de France hat Wout von Art versucht, sich durch eine Lücke durchzuquetschen, die vielleicht zu klein war, und kollidiert so mit einem Zuschauer, der sich über das Absperrgitter gelehnt hat. Würde man für zum Beispiel 20.000 Euro 7 Kilometer kleine 30 Zentimeter Rollrasenscheifen kaufen, könnte man einfach neben den Absperrgittern eine kleine Auslaufzone erschaffen und die Radfahrer werden dazu benötigt, sich mehr in die Mitte zu orientieren. Falls einer der Radfahrer doch dichter an das Gitter rankommt, stößt er nicht direkt, sondern kann sein Rad noch auf dem Rollrasen abbremsen. Wenn dir das Video gefallen hat, hier ist noch eine lange Version zu dem Thema mit ein bisschen mehr Infos, aber denkt dran, den Kanal zu abonnieren und schreibt mal drunter, welche Gefahren wir uns als nächstes anschauen sollen. Das war's für heute.